Ihr habt eine Abmahnung wegen einer Urheberrechtsverletzung erhalten oder ihr möchtet jemanden Dritten abmahnen wegen einer Urheberrechtsverletzung, dann bleibt dran, ich erkläre euch in meinem Video, was man bei der Abmahnung im Urheberrecht beachten muss. Hallo und guten Tag, mein Name ist David Gessner, ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht sowie Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz in Berlin und Thema dieses Videos soll die Abmahnung wegen einer Urheberrechtsverletzung sein. Einige von euch haben vielleicht schon mal eine urheberrechtliche Abmahnung erhalten, etwa weil sie Musik oder Filme runtergeladen haben oder Fotos anderer Personen benutzt haben, die sie nicht benutzen durften, ohne die entsprechende Lizenz zu haben und haben sich vielleicht gefragt, wie soll ich hier reagieren, ich muss hier eine strafbewährte Unterlassungserklärung abgeben, ich soll Schadensersatz zahlen, Anwaltskosten erstatten oder auch Fotografen, die auf der anderen Seite stehen und sich überlegen, was mache ich eigentlich, wenn jemand hier meine Fotos und Videos verwendet, das kann doch nicht sein, ich habe doch hier viel Kraft und Arbeit reingesteckt und dazu komme ich jetzt. Die urheberrechtliche Abmahnung wegen einer Urheberrechtsverletzung kommt immer dann ins Spiel, wenn Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche geltend gemacht werden sollen. § 97 Urhebergesetz regelt, wer das Urheberrecht oder ein anderes nach diesem Gesetz geschütztes Recht widerrechtlich verletzt, kann von dem Verletzten auf Beseitigung der Beeinträchtigung und bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden, der Anspruch auf Unterlassung besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht. Das heißt, der Paragraf regelt, wann es eben Unterlassungsansprüche gibt, das heißt, wenn ein Urheberrecht oder ein Leistungsschutzrecht verletzt wurde, etwa wenn Bilder verwendet wurden, Melodien geklaut wurden oder andere urheberrechtlich geschützte Werke, literarische Werke oder Texte geklaut werden, immer dann hat man einen Unterlassungsanspruch aufgrund einer Erstbegehung wegen bestehender Wiederholungsgefahr. Das heißt, man vermutet, wenn eine Urheberrechtsverletzung vorliegt und erstmalig begangen wurde, dass sie eben nochmal begangen werden könnte und spricht dann eben von der Vermutung einer Wiederholungsgefahr. Unterlassungsansprüche bestehen aber gemäß der Vorschrift des § 97 Urhebergesetz eben auch dann, wenn eine Rechtsverletzung erstmalig droht. Das heißt, wenn sie konkret angedroht wird oder eben in Aussicht steht, dann hat man einen einfachen Unterlassungsanspruch, das heißt, einen vorbeugenden Unterlassungsanspruch, dann darf man keine sogenannte strafbewährte Unterlassungserklärung verlangen. Die kommt immer nur in Frage, wenn bereits ein Urheberrecht verletzt wurde und eine Wiederholungsgefahr besteht. Denn die strafbewährte Unterlassungserklärung, dazu habe ich auch ein gesondertes YouTube-Video, auf das ich hier gerne verweise, ist eben dafür da, dass eine Vertragsstrafe geregelt wird, um den Verletzer davon abzuhalten, nochmals diese Rechtsverletzung zu begehen. § 97 Absatz 2 Urhebergesetz regelt wiederum, wer die Handlung vorsätzlich oder fahrlässig vornimmt, ist dem Verletzten zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung des Verletztenrechts eingeholt hätte. Das heißt, hier wird eine sogenannte dreifache Schadensberechnung vorgenommen. Der Verletzte hat also die Möglichkeit, unterschiedliche Ansprüche gelten zu machen, beziehungsweise Berechnungsweisen hier anzuwenden, entweder den hypothetischen Schadensersatz oder den Verletzergewinn. Das heißt, er kann auffordern zu sagen, was hast du denn hier umgesetzt, was hast du denn gewonnen durch die Verletzung meines Rechts oder Nutzung dieses Bildnisses, wo ich doch Urheber von bin. Und so gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, den Schaden zu berechnen. Und genau dafür ist eine urheberrechtliche Abmahnung da. Ich soll erstmal den Verletzer außergerichtlich die Möglichkeit geben, die Ansprüche zu erfüllen. Das heißt, Unterlassensansprüche, Schadensersatzansprüche und auch die Erstattung der Anwaltskosten, denn ich brauche ja meistens auch einen Anwalt, um den Verletzer ordentlich abzumahnen. Ich habe ja keine Ahnung vom Urheberrecht in der Regel. Und damit kann ich eben ein Gerichtsverfahren auch für den Verletzer vermeiden. Wenn ich aufgrund einer Urheberrechtsverletzung jemanden abmahnen möchte, sollte ich aufpassen, zu welchem Anwalt ich gehe. Die sollten auch wirklich spezialisiert sein auf das Urheberrecht. Das heißt, im besten Fall ein Fachanwalt für Urheberrecht, der auf seiner Website eben auch zeigt, dass er sich viel mit dieser Materie befasst. Denn man kann hier viel falsch machen. Die Abmahnung muss gemäß § 97a formell richtig sein, damit sie wirksam ist und damit man nicht gegen Ansprüche riskiert. Das heißt, wenn man die formellen Voraussetzungen dieses Paragraphen nicht einhält, dann ist die Abmahnung unwirksam und die Gegenseite kann sogar die Erstattung der eigenen Anwaltskosten erstattet verlangen bzw. auch eine negative Feststellungsklage einreichen. § 97a Urhebergesetz sieht hierfür vor, dass die Abmahnung in klarer und verständlicher Weise erstens Namen oder Firmen des Verletzten anzugeben hat, wenn der Verletzte nicht selbst, sondern ein Vertreter abmahnt. Die Rechtsverletzung muss genau bezeichnet werden. Das heißt, ob eine Vervielfältigung, Verbreitung, öffentliche Zugänglichmachung des Werkes vorliegt. Drittens, es muss Zahlungsanspruch und Schadensersatzanspruch, Aufwendungsersatzansprüche müssen aufgeschlüsselt werden und dürfen nicht vermengt dargestellt werden. Ich kann also nicht einfach sagen, dass hier 3.000 Euro verlangt werden, sondern ich muss ganz genau sagen, wie viel entfallen denn, warum hier auf den Schadensersatzanspruch und wie viel davon sind Erstattungsansprüche für den eigenen Anwalt. Und als Viertes regelt § 97a Urhebergesetz, dass wenn eine Aufforderung zur Abgabe einer Unterlassungsverpflichtungserklärung enthalten ist, angegeben werden muss, ob die vorgeschlagene Unterlassungsverpflichtung erheblich über die abgemahnte Rechtsverletzung hinausgeht. Das heißt, wenn ich in einem Abmahnschreiben etwas fordere, Unterlassung fordere, dann sollte die Unterlassungserklärung, die vorformuliert ist und eben der Abmahnung beigefügt ist, eben kompatibel sein. Das heißt, am besten deckungsgleich sein, damit es hier keine Auslegungsschwierigkeiten gibt und man Gefahr läuft, dass die Abmahnung vielleicht unwirksam ist. Ist die Abmahnung dann tatsächlich formel unwirksam, weil eine der vier Voraussetzungen, die ich gerade eben genannt habe, nicht vorliegt, nicht erfüllt wurde, dann regelt § 97a Absatz 4 folgendes, soweit die Abmahnung unberechtigt oder unwirksam ist, kann der abgemahnte Ersatz, der für seine Rechtsverteidigung erforderlichen Aufwendungen verlangen. Es sei denn, es war für den Abmahnenden zum Zeitpunkt der Abmahnung nicht erkennbar, dass die Abmahnung unberechtigt ist. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn etwa der Urheber angefragt hat beim potenziellen Verletzern und gesagt hat, wie kommst du denn darauf, hier meine Bilder nutzen zu können oder meine Musik, hast du irgendwelche Rechte, hast du Lizenzen oder was auch immer und der Abgemahnte bzw. in diesem Stadium noch der Aufgeforderte, der antworten soll, hat darauf nicht reagiert, dann war es für den Abmahnenden quasi auch nicht sichtbar und nicht erkennbar, dass er hier Urheberrechte gar nicht verletzt und deshalb die Abmahnung ins Leere gehen könnte. Darüber hinaus ist es auch wichtig, dass die Abmahnung dem Verletzer, dem Abgemahnten ordnungsgemäß zugeht, damit sie wirksam zugestellt ist. Das heißt entweder per E-Mail, Fax oder auch im Original ist also nicht wichtig, dass es im Original zugestellt wird per Post mit einer Originalunterschrift, aber natürlich aus Nachweisgründen ist es immer besser, möglichst viele Wege der Zustellung zu nutzen. Das heißt, wenn auf der Gegenseite ein Unternehmen ist, dann suche ich im Internet im Impressum nach der Faxnummer, der E-Mail-Adresse und dann im Original vielleicht noch per Einwurf einschreiben. So habe ich am Ende keine Beweisprobleme des Zugangs der Abmahnung. Ein häufiger Irrtum ist auch, dass es einer Originalvollmacht bedarf. Das heißt, wenn ja eine Anwältin einen Anwalt damit beauftragt, eine Abmahnung zu erstellen und zuzustellen, dann wird oft von der Gegenseite davon ausgegangen, dass der Anwalt eine Originalvollmacht für seine Bevollmächtigung beibringen muss. Das ist nicht so, das wurde schon vor vielen Jahren vom Bundesgerichtshof entschieden. Das heißt, es reicht aus, wenn der Anwalt seine Bevollmächtigung anwaltlich versichert. Ihr solltet also, wenn ihr abgemahnt wurdet, nicht darauf verweisen, dass ja gar keine Originalvollmacht vorliegt und deshalb sagen, ich gebe hier gar keine Unterlassungserklärung ab. Das könnte im Einzelfall gefährlich werden. Regelmäßig fügt man der Abmahnung auch eine vorformulierte Unterlassungserklärung bei. Wenn man auf abgemahnter Seite ist, sollte man genau prüfen, ob diese Unterlassungserklärung überhaupt unterzeichnet werden muss, denn oft ist sie zu weitgehend. Man kann hier erstens nach formellen Fehlern prüfen. Ich hatte eingangs erwähnt, es gibt diese Voraussetzungen, dass der Name genannt werden muss, die Rechtsverletzung genau bezeichnet werden muss, die Schadensersatzansprüche aufgeschlüsselt werden müssen und wenn die vorformulierte Unterlassungserklärung eben nicht dem entspricht, was in der Abmahnung gefordert wird, dann kann es eben insgesamt formell unwirksam sein. Darüber hinaus kann natürlich die Abmahnung und die Unterlassungserklärung zusammen auch zu weitgehend sein, deshalb sollte man auf jeden Fall, wenn man eine Abmahnung bekommen hat, die Unterlassungserklärung und auch die Forderungen genau prüfen, ohne voreilig unter dem Druck der Abmahnung und der kurzen Fristen die Unterlassungserklärung abzugeben, denn man läuft Gefahr, hohe Vertragsstrafen zu zahlen, etwa wenn man Fotos nicht schnell genug beseitigt bekommt, vorschnell die Unterlassungserklärung an den Abmahnenden schickt und dann direkt eine Vertragsstrafe kassiert. Zur Unterlassungserklärung sollte man auch wissen, dass wenn eine vorformulierte Unterlassungserklärung der Abmahnung beigefügt wird, ist es quasi ein Angebot eines Unterwerfungsvertrages und unterzeichnet der Abgemahnte diese Unterlassungserklärung, ohne sie abzuändern, dann ist direkt ein Vertrag zustande gekommen, dann muss der Abmahnende auch nicht weiter reagieren, dann ist die Unterlassungserklärung wirksam und wenn aber der Abgemahnte die Unterlassungserklärung modifiziert, das heißt eine eigene Unterlassungserklärung abgibt, etwa weil er anwaltlich eben auch vertreten ist, dann stellt das ein Angebot eines neuen Unterwerfungsvertrages dar und den sollte der Abmahnende dann auch am besten annehmen, damit es hier eben keine Schwierigkeiten gibt und man später keine Streitigkeiten darüber hat, ob die angebotene Unterlassungserklärung auch wirklich wirksam ist und schon gilt. Dieser Streitpunkt könnte nämlich dann ins Feld geführt werden oder eben zu problematisieren sein, wenn der Abmahnende, also der Verletzte sagt, so ich habe hier eine Unterlassungserklärung von dir bekommen, die wurde modifiziert und jetzt hast du dagegen verstoßen und ich hätte gerne eine Vertragsstrafe, dann kann es eben sein, dass der Abgemahnte, der eine andere Unterlassungserklärung abgegeben hat, als die, die ursprünglich vorformuliert war und angeboten war, sagt, pass auf, es ist ja noch gar kein Unterlassungsvertrag zustande gekommen, du hast es ja noch gar nicht angenommen und ich zahle deshalb jetzt auch keine Vertragsstrafe. Wichtig ist es also, wenn ihr abgemahnt wurdet, wegen einer vermeintlichen oder auch geschehenen Urheberrechtsverletzung zunächst Ruhe zu bewahren, trotz der kurzen Fristen und des Namens strafbewehrte Unterlassungserklärung, die von euch gefordert wird, denn viele Laien denken erstmal Strafe, strafbewehrt, aber das bedeutet eben nicht Strafe im Sinne von Strafrecht, sondern einfach nur, dass ihr eine Vertragsstrafe zahlen müsst, wenn ihr denn gegen eine noch abzugebende Unterlassungserklärung verstoßt. Lasst euch anwaltlich beraten von Experten für Urheberrecht, weil die sind wirklich darauf spezialisiert, die können euch genau sagen, ob überhaupt eine Urheberrechtsverletzung vorliegt, ob die Abmahnung wirksam ist und wie man hier am besten reagiert. Im Einzelfall kann es eben auch gut sein, wenn man keine Unterlassungserklärung abgibt, etwa wenn man hunderte von Fotos verwendet hat und Gefahr läuft, dann viele und hohe Vertragsstrafen zu zahlen. Man ist 30 Jahre an diese Unterlassungserklärung gebunden. Das heißt, es kann oft auch besser sein, sich verklagen zu lassen oder eine einstwellige Verfügung zu kassieren und dann im Zweifel bei einer Rechtsverletzung gegen diese einstwellige Verfügung oder gegen das Unterlassensurteil ein Ordnungsgeld an den Staat zu zahlen, denn die Verletzten sind in der Regel dann auch nicht so hinterher zu schauen, ob gegen eine Unterlassenserklärung, die es ja in dem Fall nicht gibt, sondern gegen das Unterlassensurteil verstoßen wurde, denn man kann eben keine Vertragsstrafen kassieren, wenn es einen gerichtlichen Unterlassenstitel gibt, sondern nur, wenn es eine Unterlassenserklärung gibt. Das heißt, ganz genau beraten lassen, nicht vorschnell agieren, Ruhe bewahren, aber auch die kurzen Fristen im Blick halten und nicht außer Acht lassen. Was solltet ihr tun, wenn ihr selbst Verletzte seid, also Inhaber von Urheberrechten, exklusiven Nutzungsrechten oder auch Leistungsschutzrechten? Ihr solltet erstmal die Beweise sichern, das heißt, wenn ihr seht, dass eine Urheberrechtsverletzung vorliegt, dann direkt Screenshots machen, Videos machen, Beweis sicher alles dokumentieren, auch eure eigene Nutzungsrechtsinhaberschaft oder Urheberschaft dokumentieren für den Gefall, dass ihr auch gerichtlich vorgehen wollt, denn da kommt es sehr darauf an, dass ihr im Rahmen der Sachverhaltsdarstellung beweisen könnt, dass ihr auch Urheber seid oder Inhaber von exklusiven Nutzungsrechten seid und eben auch aktiv legitimiert seid. Nehmt auch ihr euch dann relativ schnell einen Anwalt, denn es gelten auch kurze Fristen für einstweilige Verfügungsverfahren, denn wenn es euch wichtig ist, dass Urheberrechtsverletzungen schnell abgestellt werden, dann solltet ihr vor dem zuständigen Landgericht einen Antrag auf Verlass einer einstweiligen Verfügung stellen, wenn denn die Abmahnung gescheitert ist und keine Unterlassenserklärung abgegeben wurde und vor den meisten Landgerichten ist diese Dringlichkeitsfrist für den Antrag auf Verlass einer einstweiligen Verfügung relativ kurz, das heißt so etwa vier Wochen, einen Monat, bei manchen Landgerichten bis zu zwei Monaten, da lasst auch euch von eurem Experten für Urheberrecht, eurer Expertin für Urheberrecht entsprechend beraten. Wie ihr sehen konntet, gibt es viele Besonderheiten bei der urheberrechtlichen Abmahnung. Man kann hier in viele Fallstricke hineinlaufen, unwirksam abmahnen, gegen Ansprüche provozieren, man kann Fristen versäumen und so weiter. Deshalb ist es auch wichtig, dass man eine spezialisierte Kanzlei aufruft. Wir sind eine solche spezialisierte Fachanwaltskanzlei für Medien und Urheberrechte in Berlin und wenn ihr ein solches Thema auf dem Tisch habt oder plant, jemand anderen abzumahnen, dann ruft uns gerne an. Wir sind bundesweit für euch tätig und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann liked doch gern, kommentiert, sagt es weiter und drückt den Abonniert-Button und aktiviert die Glocke, damit ihr auch zukünftig kein Video von mir verpasst. Bis bald.